Moin Moin und herzlich willkommen auf den Kanal TogenNilTV. Heute möchte ich mit euch über OBS sprechen. Genauer gesagt möchte ich mit euch darüber sprechen, wie ihr die Zähne und die Quellen perfekt für euch einstellt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Wenn man eine OBS das allererste Mal öffnet, kommt man vor diesem Bildschirm und man ist quasi direkt so ein bisschen erschlagen und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Hier unten links haben wir einmal die Zähnen. Bei den Zähnen handelt es sich um die Gesamtbilder. Das heißt zum Beispiel nur diese Webcam ist zum Beispiel eine eigene Zähne. Die Bildschirmszene, die ihr jetzt gerade seht, ist zum Beispiel eine andere Zähne. Aber auch zum Beispiel so ein Just Chatting Screen oder eben eure Gameplay-Szene ist eine einzelne individuelle Szene, die ihr anlegt. Bei den Quellen handelt es sich dann um die einzelnen kleinen Elemente, die in einer Szene verbaut sind. Zum Beispiel ist jetzt gerade in dieser Szene neben der Bildschirmaufnahme auch noch einmal die Webcam drin, dass ihr mich sehen könnt und eben auch das Layout. Und wenn ihr jetzt noch kein Layout habt, ich möchte euch gerne den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Dabei handelt es sich um owned.tv. Bei owned findet ihr hervorragende Overlays und Stream-Designs, welche ihr für euren Stream eben verwenden könnt. Neben dem Twitch-Overlay habt ihr auch die Möglichkeit, euch super coole Alerts, Sub-Emotes und Badges, aber auch coole Logos und Avatars zu holen. Besonders hervorstechend ist die Möglichkeit, seine eigenen Sachen auf dieser Seite zu kreieren und diese nach euren Belieben anzupassen. Derzeitig gibt es auch noch eine Aktion, sodass ihr mit dem Code HOTHOTHOT 50% sparen könnt. Und wenn ihr euer eigenes Overlay habt, dann können wir auch direkt loslegen. Wir wollen erst einmal mit den Zähnen anfangen. Bei den Zähnen handelt es sich wie gesagt um das gesamte Objekt, wo ihr alles in einem Bild vereint habt. Diese erste Szene, die können wir allerdings nicht löschen. Diese können wir höchstens umbenennen, aber eine Szene muss eben immer vorhanden sein. Diese könnten wir jetzt zum Beispiel einfach mal Kamera nennen. Vielleicht wollt ihr eine Szene haben, wo ihr einfach mit den Zuschauern quatschen könnt. Und genau die wollen wir jetzt einmal anlegen. Sprich, diese Szene ist jetzt Kamera. Jetzt müssen wir die entsprechenden Quellen einfügen. Das können wir hier unten mit dem Plus machen, da fügen wir eine neue hinzu. Und wir nehmen ein Videoaufnahmegerät. Jetzt müssen wir das Ganze einfach mal benennen. Ich benenne es jetzt einfach mal nach meiner Kamera, das ist die Vitale-Kamera. Klicke auf OK. Und jetzt wird hier gefragt, was man denn genau haben möchte. In meinem Fall möchte ich diese auswählen. Ich klicke einmal auf OK. Und zack, die Kamera ist da. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, diese Kamera zu verschieben und anzupassen. Ihr könnt hier zum einen eben unten an den Kästchen ziehen und hier die Größe und alles anpassen. Oder aber, ihr klickt hier einmal auf die Kamera drauf. Klickt hier unten auf Eigenschaften. Und könnt hier jetzt noch ein paar Konfigurationen vornehmen. Zum Beispiel will ich die Auflösung jetzt ändern. Ich möchte die Benutzer definieren. Und ich möchte die gerne im Verhältnis zu 16 zu 9 haben. Das heißt, ich wähle jetzt 1920 zu 1080p aus. Dann sieht man, dass sich das Ganze jetzt schon ein bisschen verändert hat. Wir hatten sie jetzt gerade ein bisschen größer gezogen. Das heißt, wir ziehen die jetzt wieder ein kleines bisschen kleiner. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr seid mit den Einstellungen nicht ganz zufrieden, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, da ein bisschen in OBS selber zu basteln. Entweder habt ihr die Möglichkeit, über die Eigenschaften über Videokonfiguration zu gehen. Jetzt würde sich von der Kamera mehr oder weniger das Menü öffnen, wo ihr eure Einstellungen optimieren könnt. Oder aber, ihr habt die andere Möglichkeit, hier einmal auf Filter zu gehen. Da klickt ihr hier, rechtsklick auf die Quelle und dann auf Filter. Und hier könnt ihr jetzt was eingeben. Zum Beispiel, finde ich, wirkt diese Kamera ein bisschen blass und ich würde gerne ein bisschen mehr gesättigt haben. Das mache ich hier zum Beispiel unter Farbkorrektur. Und jetzt könnte ich das Ganze hier ein kleines bisschen stärker machen. Vielleicht füge ich noch ein bisschen Schärfe hier hinzu. Das mache ich dann hier unter Schärfung. Klicke auch auf OK. Füge das noch ein bisschen hinzu. Wie ihr es eben für euch optimal anpasst. Das ist jetzt natürlich noch nicht optimal. Aber so würdet ihr dann einfach mal alles anlegen. Wenn diese Quelle richtig eingestellt ist, dann klickt ihr einmal auf dieses Schloss. Und man kann diese Quelle nicht mehr verschieben. Diese ist jetzt fixiert, sodass ihr nicht versehentlich, wenn ihr irgendwie in hektikem Stream seid, diese Szene verschiebt und euer ganzes Stream auseinander fällt. Das hier könnte jetzt schon mal eine ganz banale erste Szene sein, wo ihr einfach mit den Zuschauern quatschen könnt. Jetzt wollen wir uns einmal um eine weitere Szene kümmern. Ihr habt hier die Kamera-Szene gehabt. Und jetzt wollen wir hier eine hinzufügen. Das heißt, wir klicken auch hier wieder aufs Plus. Und wir wollen jetzt vielleicht einmal eine Gameplay-Szene anlegen. Die klicken wir jetzt einfach einmal mit OK an. Jetzt seht ihr, das Bild ist schwarz, weil hier sind wieder keine Quellen drin. Für das Gameplay haben wir jetzt erst mal drei verschiedene Quellen, die wir auswählen können. Wir haben zum einen eben die sogenannte Bildschirmaufnahme. Bei der Bildschirmaufnahme wird immer der gesamte Bildschirm aufgenommen. Ihr könnt jetzt einen eurer Bildschirme eben auswählen. Ich nehme jetzt hier den Bildschirm, den ihr gerade sehen könnt. Und jetzt werdet ihr sehen, ich nehme genau das Bild auf. Das heißt, dieses hier, dieses Bild, nimmt jetzt das Bild auf, nimmt das Bild auf, nimmt das Bild auf, nimmt das Bild auf. Und wir haben quasi eine Bildschirmception. Diese Bildschirmaufnahme, muss ich dazu sagen, ist die ressourcenfressendste Aufnahme. Denn es wird einfach immer das gesamte Bild, alle Dateien, alles wird angezeigt. Das ist deutlich intensiver, wie wenn ihr nur eine einzelne Aufnahme vom Spiel zum Beispiel aufnehmen würdet. Wenn euer PC also nicht high-end ist und schon so Probleme hat mit dem Streaming, solltet ihr die Bildschirmaufnahme eher nicht verwenden, sondern die anderen Varianten. Wenn ihr jetzt theoretisch mal so eine Quelle deaktivieren wollt, aber nicht löschen, sondern nur kurz, dass sie nicht sichtbar ist, könnt ihr hier übrigens auf das Auge klicken. Jetzt haben wir noch als weitere Alternativen die Spielaufnahme und die Fensteraufnahme. Bei der Fensteraufnahme klicken wir einmal drauf und ich habe hier unten jetzt gerade Legends of Wound Terra offen. Hier könnt ihr jetzt ein Fenster euch aussuchen. Das sind jetzt die verschiedenen Fenster, die ich habe. Hier nehme ich zum Beispiel Legends of Wound Terra und bam, jetzt habe ich dieses Fenster. Das wäre eine definitiv ressourcen erleichternde, nicht so stark fressende Variante, wie ihr das Ganze aufnehmen könnt. Oder eben als dritte Variante haben wir die sogenannte Spielaufnahme. Bei der Spielaufnahme klickt ihr auf OK. Und jetzt könnt ihr auch eben ein bestimmtes Fenster eben erfassen, auswählen, eine beliebige Vollbildanwendung. Da seid ihr dann auch wieder ganz flexibel. Ich mache jetzt mal Vollbildanwendung. Ich werde hier diese Fensteraufnahme mal eben löschen. Gehe hier auf mein Vollbild. Und wie ihr seht, jetzt hat diese Spielaufnahme dieses Vollbild gecaptured. Und wir sind in Legends of Wound Terra drin. Hier ist jetzt interessant zu sehen, ich werde die mal eben kurz, die Fensteraufnahme schon mal löschen, dass die Spielaufnahme über der Bildschirmaufnahme ist. Wenn wir das hier mal kleiner ziehen würden, würden wir sehen, dass da die Bildschirmaufnahme noch drunter ist. Und wenn ich die Spielaufnahme jetzt theoretisch hier runterziehe, dann ist die Bildschirmaufnahme vor der Spielaufnahme. Das Ganze müsst ihr berücksichtigen, wenn ihr eure eigenen Szenen anpasst, dass ihr die richtige Reihenfolge beibehaltet. Wir fokussieren uns jetzt einfach mal auf die Spielaufnahme. Das heißt, ich werde die Bildschirmaufnahme hier einmal wegnehmen und entfernen. Diese ziehe ich hier wieder groß. Und jetzt können die Zuschauer schon mal euer Gameplay sehen. Aber da fehlt noch was, oder? Denn Stream wird erst richtig interessant, wenn man mit dem Streamer interagieren kann. Sprich, wir wollen jetzt eine Kamera einbügen. Dafür klickt ihr unten einmal aufs Plus auf hinzufügen. Wir nehmen ein Videoaufnahmegerät. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder ein neues, eben erstellen, ein neues Videoaufnahmegerät. Oder aber die existierende Kamera, die wir gerade hier in der Szene schon eingespielt haben, könnten wir ja auch nehmen. Das heißt, wir klicken hier auf die Vitale-Kamera. Hier sind jetzt tatsächlich die Filter von gerade schon übernommen worden, was natürlich richtig cool ist. So erspart ihr euch Einstellungen. Und diese schieben wir jetzt einfach mal ein wenig kleiner. Das hier ist jetzt eine Kamera, wo man sagen muss, die hat sehr, sehr viel Spielraum. Und für eine Facecam ist das vielleicht sogar schon zu viel. Das wollen wir ein wenig anpassen. Das heißt, wir können jetzt diese Szene ein bisschen zuschneiden. Das Ganze macht ihr, indem ihr auf Alt drückt. Und dann könnt ihr das Ganze zuschneiden. Und so ein bisschen vielleicht euch zentrierter gestalten, aber auch ein bisschen anpassen und vielleicht auch zoomen, bis ihr ein bisschen größer seid. Also da seid ihr natürlich für euch ganz flexibel. Wir wollen das Ganze jetzt an einem Facecam-Layout anpassen. Dafür klicken wir hier einmal wieder aufs Plus. Jetzt wollen wir eine Datei, die wir auf unserem PC gespeichert haben, einfügen. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Bilddatei. Das wäre ein einzelnes Bild, nichts Animiertes. Oder wenn ihr was Animiertes wollt, dann fügt ihr eine Medienquelle hinzu. Ich mache es jetzt einfach mal als Bild. Das Ganze soll eben mein Facecam-Layout hierfür sein. Klicke auf OK. Und jetzt durchsuche ich etwas. Ich habe hier jetzt zum Beispiel eine Facecam, die öffne ich jetzt einmal. Zack. Und ihr seht, jetzt ist die Facecam drin. Diese Facecam wollen wir jetzt zum Beispiel, wir wollen sie mal hier unten links haben. Das heißt, wir passen hier so ein bisschen die Größe an. Und haben jetzt hier einmal die Kamera. Und die wollen wir jetzt eben dieser Größe hin anpassen. Oh, da hatten wir scheinbar einen relativ guten Griff. Das funktioniert ganz gut. Und wenn ihr jetzt Probleme habt, das noch komplett exakt anzupassen, dann könnt ihr das Ganze mit den Pfeiltasten Pixel für Pixel bewegen, sodass ihr wirklich ganz präzise arbeiten könnt. Jetzt schauen wir einmal, wie das Ganze aussieht. Das passt. Hier müsst ihr natürlich wieder aufpassen, dass die Kamera nicht über dem Layout ist, weil sonst sieht das Ganze so aus. Dann ist das hier ein bisschen abgeschnitten. Also Layout über der Kamera. Wenn ihr das Ganze fixiert habt, könnt ihr hier einfach beides wieder fixieren und habt das Ganze eingestellt, dass wir es nicht mehr verschieben können. Jetzt will ich euch was Cooles zeigen. Ihr könnt hier mit Rechtsklick hinzufügen eine Gruppe erstellen. Das nennen wir jetzt einfach mal die Facecam. Klicken auf OK. Und hier ziehen wir jetzt einfach mal die anderen beiden rein. Zack. Jetzt haben wir hier eine einzelne Gruppe und zwar die Facecam. Achtet wieder auf die Reihenfolge und wenn wir jetzt das hier verschieben, diese Facecam, dann verschieben wir beides gleichzeitig. Aber auch wenn wir es größer ziehen, ziehen wir beides gleichzeitig groß. Das erleichtert dir im Stream selber nicht komplett an deinem Stream Einstellungen zu basteln und erspart dir einiges. Das Schöne ist auch, dass du das hier schließen kannst und du hast eine bessere Übersicht und nicht hunderte Quellen untereinander gestapelt, wo du erstmal runterscrollen musst, wo du denn das passende findest. Jetzt habt ihr schon die Basics vom Stream einmal erstellt. Damit könntet ihr offiziell streamen und loslegen. Aber wir haben natürlich den Anspruch an uns, wir wollen den Stream richtig cool gestalten, sodass die Zuschauer reinkommen und direkt einmal drinstecken bleiben und einfach fasziniert sind, was ihr im Stream alles aufgebaut habt. Und das passiert meistens mit sogenannten Browserquellen. Dafür würdet ihr hier auf Browserquellen klicken und könnt dann hier einmal eine URL einfügen und damit ein Widget einfügen. Das Ganze machen wir gleich. Ich will euch halt erst ein paar Widgets einmal zeigen, was das zum Beispiel sein kann. Dafür möchte ich euch jetzt hier einmal die Browserquelle wieder entfernen. Sprich mit Rechtsklick hier auf Entfernen oder eben unten aufs Minus drücken. Zack, jetzt ist die wieder weg. Und ich habe ja noch die Facecam von meinem anderen Overlay hier gerade vor uns. Die ziehe ich uns mal ein bisschen hoch. Und ein Widget könnte zum Beispiel so ein Rotate-Feed sein. Hier sieht man gerade die Zuschauer, die jetzt eben das letzte Mal abonniert haben, die gefolgt haben, die geschiert haben und so weiter. Das wäre ein Widget, welches man zum Beispiel einfügen könnte. Eine andere Alternative als das Widget ist der Chat. In vielen Streams wirst du es bestimmt schon gesehen haben, dass man den Chat von den Zuschauern lesen kann. Und das wird man ebenfalls mit einer Browserquelle einfügen. Ich schreibe jetzt hier was, drücke Enter und bam, ihr seht, dass das hier im Chat erscheint. Mit Emotes und allem drum und dran. Und das kann einfach richtig cool sein. Gerade die Zuschauer können dann im Vollbild schauen und können gleichzeitig den Chat mitverfolgen. Was natürlich für die Zuschauer ein richtig schöner Bonus ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo bekommt man diese Browserquellen her? Ich benutze dafür viele verschiedene Sachen, aber mein Hauptschwerpunkt liegt auf Stream Elements. Wenn ihr mich verfolgt, werdet ihr festgestellt haben, dass ich da schon einige Videos zu gemacht habe. Diese werde ich euch oben rechts jetzt einfach mal verlinken, sodass ihr auch eure eigenen Widgets und Browserquellen einfügen könnt. Das Ganze sieht halt eben so aus. Wir klicken auf die Overlays. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel verschiedene Sachen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den Chat, den ihr gerade gesehen habt. Eine andere Alternative sind aber auch Alerts. Die nehme ich mir jetzt einmal. Und hier werde ich jetzt einmal auf die URL-Digse kopieren. Ich habe hier schon alles eingestellt. Diese will ich jetzt einmal in OBS einfügen. Sprich, wir klicken hier unten die zwar aufs Plus. Klicken auf die Browserquelle. Die Browserquelle nenne ich jetzt Alerts von Stream Elements. Klicke auf OK. Füge jetzt die URL ein. Werde die Höhe und Breite anpassen müssen. Ich weiß, dass es 1920 zu 1080 ist, was ich da eingestellt habe. Klicke auf OK. Und jetzt ist die Browserquelle drin. In dieser Browserquelle sieht man tatsächlich gerade nichts. Verwundert euch dadurch nicht. Das hat damit zu tun, dass diese Alerts eben nur kommen soll, wenn zum Beispiel jemand folgt. Jetzt wollen wir natürlich einmal austesten, funktionieren denn diese Alerts? Funktioniert das Ganze? Dafür klicke ich hier einfach mal auf Emulate. Ich will jetzt zum Beispiel ein Wait-Event bei mir haben. Klicke hier auf OK. Und hier kommt ein Pikachu. Und hier im Screen sollte ebenfalls ein Pikachu kommen. Hat auf jeden Fall perfekt funktioniert. OK. Sollte nur eins kommen. Vorführeffekt. Ein wildes Pikachu erscheint. Wie dem auch sei. Das sind dann auf jeden Fall die Browserquellen, die ihr einfügen könnt. Und das ist zahlreich. Da gibt es unendlich viele. Und da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen, sodass ihr einen wirklich einzigartigen und ansprechenden Stream gestaltet. Das letzte, was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist einmal das Audio. Wir sehen hier gerade, wir haben hier ein Audio drin von der Vitale-Kamera. Allerdings möchte ich nicht, dass diese Webcam mein Audio aufnimmt. Dafür habe ich nämlich dieses Mikrofon hier. Das heißt, diese wollen wir einmal rauslöschen. Wir können die einmal muten. Und wir wollen sie verschwinden lassen. Ausblenden. Jetzt haben wir hier allerdings gar kein Audio-Gerät mehr drin. Dafür klicken wir auf die Einstellungen. Wenn ihr alle Einstellungen einmal kennenlernen möchtet, verlinke ich euch ebenfalls oben rechts hier ein Video, wo ihr einmal alle Einstellungen von Grund auf sehen könnt, um euren Stream optimal einzustellen. Wenn wir auf den Einstellungen sind, klicken wir hier auf Audio. Derzeitig sieht man, es sind alle Geräte deaktiviert. Wir wollen jetzt einfach mal ein Mikrofon hinzufügen. Wir fügen jetzt das Mikrofon von dem Blue Yeti hier hinzu. Das ist das Yeti Stereo Mikrofon. Klicken auf Übernehmen und haben das jetzt eingefügt. Und wie ihr jetzt gerade auch sehen könnt, meine Sprache wird eben gerade erkannt und befindet sich eben in diesem Audio-Mixer. Diesen könnt ihr hier jetzt theoretisch von der Lautstärke her anpassen, eben kleiner und niedriger regeln, aber auch verschiedene Sachen eben machen. Ihr könnt zum Beispiel hier Filter draufsetzen, zum Beispiel eben macht ihr ein Noise-Gate, ihr könnt Lautstärke anpassen und so weiter. Da seid ihr natürlich auch wieder ganz flexibel. Ihr solltet aber auf jeden Fall schauen, dass wenn ihr Quellen habt, die ebenfalls ein Mikrofon haben und die hier in dem Audio-Mixer vermerkt sind, dass diese, wenn sie nicht notwendig sind, ihr diese wieder versteckt. Denn je übersichtlicher ihr euren Stream gestaltet, desto besser und übersichtlicher ist es, wenn ihr mit einem Blick darauf guckt und wisst, oh okay, es funktioniert alles perfekt. Und das waren jetzt erst einmal die Basics, mit denen ihr erstmal arbeiten solltet. Dass ihr eure Zehen und Quellen Step für Step aufbaut und erstmal einen laufenden Stream habt. Und dann könnt ihr Stück für Stück euch an die einzelnen verschiedenen Varianten rantrauen und mal mehr durchstöbern, sodass ihr nochmal das Optimalste aus eurem Stream rausholen könnt. Ich bin gespannt, wie eure Overlays langfristig alle aussehen werden. Also dann, ich wünsche euch viel Spaß, euren Stream einzurichten und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, ciao.